Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tobias and the Dark Septress. Ah, ich dachte, die Musik kann doch gar nicht. Äh, ja, das letzte Mal waren wir in dieser verrückten Traumwelt hier stehen geblieben und... Oh. Ach ja, ich konnte ja nicht speichern. Äh, das war der Stab, den musste ich jetzt hier benutzen. Äh, wie benutze ich nochmal den Stab? Nein. Hä? Ich bin mir sicher, dass ich den Stab benutzen sollte. Hä? Ach so, ich musste nach oben drücken. Okay, gut, dann hat sich das erledigt. Doch, nicht Stab. So, jetzt kommen wir zu dem... Zu der Sache, wo ich jetzt absolut ratlos bin. Aha. Irgendwie... Moment. Lila. Der ist rosa. Ich muss mir jetzt... Glaube ich die Farbe rosa bauen, oder? Äh, äh, gelb, rot, ne, das ist orange, natürlich, ähm, blau, rot, ja, das ist es, ich glaube nämlich, dass jetzt, äh, äh, hm, es ist zwar die richtige Farbe, aber, ich glaube, das abzuhauen ist gar keine gute Idee, äh, also machen wir es noch mal, rot und blau, aber warum nicht, muss ich die Komplementar-Tierfarbe vielleicht sammeln, ähm, von lila, rot und blau ist lila, das heißt... gelb, Farbenrätsel, na geil... Okay, äh, außer mit Rumprobieren komme ich ja jetzt die Hose nicht weiter, machen wir mal grün, grün ist der ganz obere, ne, Eine Einzelfarbe ist es auch nicht eigentlich, ne... Wasch nochmal ab... Ich versuche mal die Blau nochmal als Einzelfarbe... Das muss ja irgendeine Lösung sein, das ist es nicht... So, was hatte ich jetzt noch nicht? Äh, grün? Hatte ich grün schon? Ich weiß es nicht mehr... Ich glaube nicht... Ist aber auch falsch... Gut, dann hatte ich noch nicht roh, äh, orange, ne... O-R-R-R-A-N-G- Hm... Okay, ich verstehe es definitiv nicht... Weißt du ja auch nicht... Oder warte mal, wenn ich alle Farben nehme, rot, blau, dann habe ich braun, braun hatte ich noch gar nicht probiert, aber braun ist doch die Standardfarbe, ne... Ja... Um bei Lila den Kopf abzuhacken, bringt ja auch nichts... Natürlich nicht... Mist... Hm... Hm... Sniper... Naja gut, okay, also... Hallo, Feine! Äh, ja... Wie gesagt, es ist jetzt ein Live-LP, das heißt, ich... Tut mir leid, wenn ich manchmal auf den Chat reagiere... So... Ah... Das die so... Das die so labern, finde ich voll creepy teilweise... So... Irgendwie muss ich diesen Schalter auch noch aktiviert kriegen, ich habe noch keine Ahnung wie... Und da klettern kann ich nicht... So... Und den Block müsste ich eigentlich am besten irgendwie... Mal versuchen, da rechts hinzukriegen, das ist das Logischste, was mir persönlich einfällt... Aber ich kann hier nicht weiterschieben... Kann ich das... Das bringt mir ja nichts, wenn ich es nicht weiterschieben könnte... Ich kann hier nicht richtig rumtricksen... Vielleicht so... Aber helfen wird mir das auch nicht, ne? Ne... War ja klar... Und mit dem komischen Graffiti da hat das ja auch nichts zu tun oder so... Hm... Hab ich eigentlich schon mal versucht, in die Tür da drüben reinzugehen? Und... Wenn nicht, dann schlagt mich... Oh... Schlagt mich... Bitte schlagt mich einfach... So... Gucken wir mal, wie es weitergeht... What the... Okay... Yo... Wo... Wo... Wo wost du, Tobias? Aha, okay... Was... Darf ich eben mal aus... Da... Wenn du... Vor... Da... Und... Du... ... Da... Trotzdem. Aua. Okay, macht schneller Randgriffe jetzt, weil er weniger AP hat, oder was? Boah. Okay. Stirb doch endlich. Na toll. Und von vorne? Scheiße. Merke, geh nicht zu nah an die Tür, wenn du gegen das Vieh kämpfst. Hey, gute Position. Huch. Äh. Fuck, ich bin fast tot. Nein, hör auf mich abzuschießen. Ich will das nicht. Ah. Ach, er hat mich schon wieder getroffen. Wenigstens würde mich dein Körper nicht verletzen. Nein. Ja, das war irgendwie zu erwarten, dass es noch passiert. Okay, versuchen wir es weiter. Nochmal. Wir gehen also wieder zuerst nach Sinister. Oh, ich finde die Viecher so creepy. Ohne Scheiß. Könnt ihr dir wenigstens aufhören, diesen komischen Sound abzugeben? Bitte. Okay. Hep, hep. Nein. Okay, jetzt auf den Wind warten. Und... Oh, scheiße. Äh. Nein. Warum? Warum? Ah, diese Nach-Oben-Taste. Ohne Scheiß. So ein bisschen... Hasse ich sie. Boah. Ernsthaft? Schon wieder nach oben gedrückt? Ich will doch nach rechts, nicht nach oben. Danke. So. Hallo, Boss. Ohne Scheiß. Hallo, Boss. Ja. Mist. Auf, auf mich zu schießen. Lass dich einfach nur töten. Mist Ja Fuck Okay, das funktioniert ja schon mal nicht zum Ausweichen Ach, jetzt Oh, das ist geil Oh, er ist tot Oder? Ist er tot? Ja, er ist tot Und danke für einen HP-Potion Vielen, vielen Dank Diese komische Creepy-Traumwelt, ey Äh Ablegen Safe Okay, was macht der Hebel? Äh, what? Moment Okay Muss ich das jetzt verstehen? Ich nehme einfach mal das Ich nehme einfach mal das Tventions Diese sind Untertitelung des ZDF, 2020